Chris, da kommt der Chris. So, wir brauchen noch ein paar Mikrofone. Neue Band. Neue Band. Neue Band. Lord of the Unman. Stahl. Zucht. Lord. Lord of the Stahlzucht. Mikrofon für dich. Wir brauchen noch ein Mikrofon für den Chris. Es ist da, es ist da. Müssen wir nur holen. Nummer 33. Hallo Bochum. So, wir haben uns gedacht, da wir alle so schön zusammen sind, machen wir einen Song zusammen. Chris kennt den zwei noch nicht, aber es ist egal. Dann musst du einfach durch. Ups. Der Scholler hat das schon ein paar Mal eine Erfahrung gehabt. Chris, es tut mir leid, du bist ins kalte Wasser geworfen, aber... Wie ist es jetzt in anderen als in Göttingen, oder was? Ja. Was? Wir singen jetzt nämlich einen Love of the Lost Song. Was sagst du, Unlös? Okay, fahr mal ab, wir gucken mal, ob ihr vielleicht mit euch zusammen singen könnt, denn ihr kennt bestimmt alle den Text. Und... Ja, also, inzwischen schon fast Tradition, das letzte Song in dieser Band, wo seine Ehren mit den Jungs zusammen das zu machen. Na, der Mensch ist aber noch lebt, damit man täglich vom Ballen geht, Henne! Kommt, Leute! Jeder Mensch seht mehr Ruhe, wenn wir Computer unabliert. Es gibt einen, der sichst dagegen wird und bei Jugendlichen sehr frustriert. Und bei der Bibel die Sonne kommt. Komm raus! Hey! 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 Hier kommt Alex, 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 hey, 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 hier kommt Alex, 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 Alex. Okay, ihr seid mit dem zweiten Stoffer, könnt ihr das sehen? Okay, zusammen. Hey, 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 hey. Hey, 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 hier kommt Alex, 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 hey, 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 hey. Schwarz ist gegen Heide, ist es bloß ein Froschalkopp. Hören verpasst, das Wissen oft war, ist total. Auch wenn er Liebe kommt, man fragt und ihr, warum hast du nicht getan? Nicht getan! Hei hei hei, hei 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 Alex! Alex! Hey! 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 Hier kommt Alex! 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 Danke schön! Fangen! Und sucht! Los! Stahlmann! 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 Diese drei großartigen Befreundeten und vor allem voller Respekt sagen euch vielen herzlichen Dank für den wunderbaren Abend! Dankeschön! Dankeschön! Wir sehen uns in fünf Minuten in acht Minuten und alle zusammen haben wir uns wieder! Dankeschön! Danke! Danke! Danke!